Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Rock'n'League, zusammen mit der Sunny. Hallöchen. Und mit dem Marvin. Genau, bin ich da. Achso. Gucken wir mal so gut wie das letzte Mal. Oh, im Dunkeln. Im Dunkeln? Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich hab noch nie im Dunkeln gespielt, das leckt bestimmt noch mehr. Ja, es ist dunkel, ich seh den Ball nicht. Ich bin nicht. Aber der leuchtet doch. Dann hör ich ihn nicht. Achso. Oh, 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 nein, Sunny schon sind zu weit im Tor. Na gut. Hast du ihm auch noch die Vorlage gegeben? Nee, nee, nee. Ich bin zu spät rausgefahren und hab ihn noch selber mit reingelenkt. Weil ich schief drauf zu gefahren bin. Alles gut. Stammt, wo ist jetzt gegenseitig im Weg, oder? Na, die Gegner waren eher auch da. Das ist so nett geworden. Zauberei! Ich hab z.B. Zauberei gekriegt. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber ich hab Zauberei gekriegt. Ich hasse diese Ballkamera, Mann, krass. Kannst du umschalten? Das gibt ein Tor. Doch, du machst das jetzt. Ich geh extra zur Seite, siehste? Nein! Oh, die machen sich gegenseitig wieder fällig. Oh, das hab ich gerade angefangen. Da war ich schon in der Luft, da konnte ich nix tun. Ich dachte nicht, dass der Wal da hinkommt. Ah, nein! Ich hab nicht hochgelaufen. Ah. War noch einer schneller. Ich bin heute zu blöd zum Treffen. Ah. Oh! Es war eine fulfillede. Oh, das war ja. Oh! Ich hab nicht mehr! Ich bin heute zu warm. Ich bin heute zu warm. Das war ja nicht. Oh! 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 Oh mein Gott Ich bin im gegnerischen Tor, ich dauere ein bisschen, bis ich zurück bin Aber ich spiele sich gerade gegenseitig aus, von daher Oh, daneben Oh, fast Ich war zu nah dran, konnte ich kein Schwung nehmen zum Schießen Wir sollten so langsam mal, sollten wir mal ein Tor machen, glaube ich Na, erst langsam mal, nicht ganz schlecht Ah Mist Scheiße Na endlich Ich hab ihn nicht richtig durchgelegt, er hat ihn halt reingemacht So muss es aussehen, guck mal, schön Das war doch Bilderbuch, Ralf Ja, ist da jetzt noch einer und dann einfach nur noch aufpassen Ja, aufpassen Was doch, was doch Was? 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 Oh shit Oh shit Oh shit Oh, 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 Jungs, Jungs, Mädels, was auch immer. Marvin spielt wieder rückwärts. Ah, na grad. Was ist jetzt schon dafür? Nein! Der war so gut, der hätte hier drin sein müssen von uns beiden. Hinschleben. Ich glaube, so langsam habe ich den Bogen raus. So langsam aber sicher. Hat ja auch lange genug gedauert. 15 Sekunden, das ist lang noch. Und ich treffe den Bein. Der ist, der ist, der ist gut, der ist fast gut. Den müssen wir nur noch runterkriegen. Und dann ist... Ah, daneben! Verdammt, da Mist! Äh, bei uns ist grad keiner. Ach, glückhaft. Ja, was heißt glückhaft? Wir haben so... Oh, Piratenhut! Sehr nice. Mein Maus geht nicht mehr. Piratenhut habe ich gekriegt. Piratenhut. Mindestens ein Gruppenmitglied befindet sich in einem online... Nee, der hat mein Maus geht grad nicht mehr. Ist der geil, guck mal. Hm. Guter als Piratenhut. So, jetzt... Gewinnen wir wieder das zweite, ne? Wie immer. Aber eben ist er gut. Joa, war okay. Bin hinten. Ich mach'n Tor. Doch nicht. Nein. Die treffen wir aber auch nicht. Ich schieße ein Eigentor, guck mal. Ah, so knapp. Sorry, ich glaub' ich hab'n dir ein bisschen abgelenkt. Na, scheiße! Finger am Pfosten fest. Klebt am Pfosten. Wir haben's voll nur vorgefahren, ich seh's. Okay. Na, der war kurz vor mir dran. Verdammt. Oh, ey. Ey, der geht doch so rein. Ach, der wird doch so reingepullert. Oh, Mann. Guck mal, ich steh da neben. Guck's dir an, guck's dir an jetzt. Der war sehr lächerlich, wie du voll gegen den Pfosten gefahren bist. Das ist die Pfostenrunde. Er sieht's ja schon weh. Beim Halten, ich beim, äh... Beim, beim Schießen. Oh, ich hab' bald schon gedreht. Ähm... Alles gut. Ach, so weit links. Mein Hex-Spoiler hat verzogen. Naja. Oh, die beherren sich gegenseitig, das ist gut. Mami-Spiel zurück in die Mitte. Oh. Oh. Hä? Verdammt. Oh, komm. Ja? Das ist geil, den Bus weggeklaut. Nein. Gut, Sunny. Harte Gegner. Oh. Mami-Spiel ist noch da, alles gut. Oh. Oh. Der hat ja fast das Eigentor geschlossen. Damit konnte ich ja auch nicht rechnen. Oh, jetzt macht das. Jetzt hat er es geschafft. Oh, nein. Auf jeden Fall gut. Der weiß schon, ob ich das Tor schießen muss, ja? Ja, der fällt eigentlich. Der springt aber noch extra, damit der den Ball schön reinzwiebelt. Bin hinten. Oh, Scheiße. Bist du gerade noch stehen geblieben? Nein. Mach so aus. Ich spiele aber schön in die Mitte für dich, oder? Super. Aber die haben den auch noch mal gut vorgelegt, so ist es nicht. Bin hinter euch beiden. Schluss zu der Sunny. Haben doch ein Tor gemacht. Hinten ist gerade keiner. Jetzt bin ich wieder da. Nein. Und drin. Nein. Das war... Knapp. Ja. Er war schon zur Hälfte... Wie wir beide am Ball vorbeispringen, ne? Ja, passiert mal klar. Ich habe mir gerade unsicher, ob er weiß, auf welches Tor er spielt. Du meinst, der hätte sowieso reingeschossen? Er sah so... Er sah so, als ob er... Er sah so, als ob er hier Raidoum voll in unser Tor... Na ja, in sein Tor schießt ihn weiter. Er schießt auf jedes Tor, hauptsache Tor. Tor ist Tor, oder wie? Ja. Ich glaube, so funktioniert dieses Spiel nicht. Bin hinten. Ich schieße ein Tor. Mach dir da, was macht dir da? Nein, 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 nein. Vor allem, wer auch immer mich da voll weggebolzt hat. Marvin, warst du das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ihr seid alle irgendwie ineinander geflogen da. Das war schlecht. Okay, im Nächsten. Easy. Tor machen. Fünf Sekunden, komm. Ich habe einen Krampfenfinger. Und, 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 und. Jawohl. Nice. Wir sind aber gut rübergeschossen. Jetzt haben wir wieder unsere Taktik hier mit den beiden. Zack, zack, zack. Jetzt muss ich mir nochmal genüsslich angucken. Hat aber auch keiner weggedrückt gerade. Ja, gut. Sehr schön. Bestes Tor. Auf Warframe als Fahne. Sehr schön. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.